ja hallo erstmal und herzlich willkommen zu kickstarter spielt minecraft den märzclay vom niederrhein in dem wir die musik immer zu laut gemacht haben oder also im grünen bereich da 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 ich muss bei jedem koscher wir wollen auf jeden fall ein bisschen was danach schub besorgen hier ist jetzt ich könnte noch was okay es gäbe ich wieder eingesammelt da ist ja noch reisen ich muss definitiv mehr auf das eisen muss dahin hier muss das eisen hin das kann dahin okay eisen ist gar nicht so schlecht wohl hatten wir auch einiges ich muss aufräumen ich muss definitiv aufräumen das ist das problem kisten haben wir jetzt genug oder fässer zum aufräumen das hier würde gehen was uns eigentlich fehlt das material zum beschriften wir brauchen definitiv mehr leder okay jetzt ist was wir gehen jetzt erstmal rüber zum lagerhaus schauen mal wie viel leder wir noch haben und schwuppli ups ich könnte schwören dass ich gerade kekse gegessen habe ich mir ganz sicherlich hat kekse gegessen habe was passiert hier mit der hungerleiste das geht so nicht so nicht okay das zuckerrohr wachst entwächst auch nicht so wie sollen da hinten da auch nicht habe ich denn das leder hingetan tierische produkte tierische produkte kann ich das ist gut das ist hier im baumaterial reingetan auch nicht hier auch nicht und da ist es doch da ist es doch und die sagt nichts ich habe schon schrecken bekommen so was auf so viel holz haben wir jetzt gar nicht das holz können wir mal eben kurz zu gebrauchen und da haben wir ganz ehrlich wir haben doch genug holz immer mal ein bisschen davon ein bisschen mehr davon nehmen wir jetzt alles davon weiß ich noch nicht wie flüssig brauchen wir denn so wie viel rahmen so die eine hälfte das reicht natürlich nicht für die andere hälfte von den neuen rahmen sind nicht genug ich brauche mehr holz definitiv mehr holz ganz ehrlich jetzt war eben das holz hier raus so dann haben wir noch die lederhaut dahin hier ein halbes weg darum ein halbes dort rum dann kommen wir zumindest schon mal ganz ein stück weiter das leder lasse ich jetzt hier die sticks nehmen wir mit ich glaube alles andere können wir mal eben kurz das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht alles alles mal alles einmal weg so und er hat schon die brauche ich auf jeden fall rüben als andere kommen wieder nachholen so wir laufen jetzt mal ganz schnell wieder rüber wie durch hinter der marke drin wieso ist da naja ich sage stell einfach keine fragen das ist einfach sein das willst du gar nicht wissen das könnte sein so gut dass wir diese nähter portale haben oder ich müsste jedes mal hin und her laufen so jetzt haben wir die da mal eben hin und können wir die ganzen öfen fläche und den hauen ich glaube das reicht gar nicht oder das reicht das reicht das reicht haben sogar drei über fünf über das ist schlimm ich würde sagen jetzt weiß ich nicht wo die fünf hin tun soll aber meinst du das jetzt ernst das wird schon wieder dunkel hier das kann doch gar nicht wahr sein okay was auf die öfen die moment haben wir so abguckt man dass das die kommen die xps einfach ausgeflogen schubbeli ups als einsammeln 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 die können wir ja auch eben kurz nach drinnen setzen ich glaube ich jetzt ich habe mich direkt neben das war das ist es mir zu dunkel draußen das ist das will doch so keiner kuschel der ecke hier oben oder das kann man so machen bin ich das geht zügig da kommen wir auch gleich wieder rund doch doch wir kommen runter so ist das auf wir machen jetzt mal vor die fensterbank da und da und dann ja das rei wie viel hat mir denn noch zwei durch die dann in die ecke setzen endlich siehst du sowieso nichts von kann man so machen so ich möchte mal eben in jeden ofen ein steck ist vielleicht ein halber steck in der ecke lassen jetzt einmal eben außen vor so dann können wir da noch was rein tun wenn man das ist nicht so deins oder zählen und wir haben nicht raus noch ganz viel kohle gehabt in der kiste wir sehen dann würde würde da habe ich zu alle eingehen ich glaube ja da direkt wieder sein tun und dann auch mal rein und hier und da das reicht zumindest ein bisschen brutzeln jetzt ist die frage ob wir dann da kohle reintun dann könnten wir da die steinziegel reintun passt aber immer drüben die steinziegel hat bei jeder so so dodo 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 gleich das war eben weitermachen näher so wollte ich dann nicht ich wollte man sieht das jetzt aus hier total verdreht da muss ich hin die steinziegel dahin die fertigen ziegel kommt da unten drunter das kann man so machen die steinsäge wenn ich die jetzt eigentlich auch eben hier hinsetzen gedankt nee 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 da zieht doch nicht die scheine getraut das ist schon gefährlich genug hier rum zu rum zu laufen dass das weiß ich mir das möchte ich auch so nicht lass uns die noch mal eben hinweg setzen glaubt die steinsäge die setzen wir hier und dann darauf nicht so direkt auf dem boden oder drüber laufen siehst du jetzt jetzt kann man da nicht drüber laufen nicht aus versehen mit die füße in die steinsäge geraten dass das wäre nicht so gut auf die 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 das machen wir hier über der türe da magst du es kennt ihr an wachst keinen diamanten hinterstellt das ist nicht ernsthaft da weiß ich zumindest dass hier die ist dieses material reinkommt so 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 und pass auf da kommt ein schild ein schild im schild das hat auch nicht jeder dann kommen wir hier so die baumaterialien rein glas das könnte ich ja tatsächlich hier enttäuscht die scheibe oder eine würfel und die scheibe ist egal wir haben drüben noch glas in welcher glas da glas das sand auch mit da rein noch mehr glas baumaterialien baumaterialien haben wir noch schon hier noch baumaterialien dass sie wollen die wolle muss ja so bleiben so die baumaterialien kommen da rein das glas kommt hier rein und guck mal langsam wird das was so und so wir wollen ja ein bisschen auf die sollte ich die wolle draußen lassen nee 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 die wolle packen ok wie viele kissen was in so fast reiner was nur die hälfte rein die frage opfer die farben in den einen beutel tun oder kiste mal schauen wir wie viel da rein passt so 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 wird er jetzt nicht farblich zu tieren oder ganz ehrlich jetzt haben wir keine übergelassen jemand gelben und noch einen roten so kannst du mal eben darauf klicken ja der gelbe dahin der rote dorthin so und dann habe ich die blumen aber die genauso ja guck mal aber die gelben blumen dort ich meine ganz ehrlich wir brauchen zwar nicht so viele fässer dass wir die blumen jetzt getrennt aber warum nicht der beutel kommt da rein hat sich gerade hier so angeboten was machen denn da rein steine steine kommen da hinten hin hier haben wir stein stein das ist kein stein das ist ganz bestimmt kein stein so sand hatte ich ja auch schon mit getan müssen wir die steine wirklich sortieren ich glaube wir müssen ein bisschen was sortieren okay das passt alles gar nicht mehr rein oder doch 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 das ist so eben noch hin die können direkt dahin sind die auch schon verbrutzelt machen folgendes nee das ist das war so nicht gewollt so die ganz normale bruchstein er kommt hier ein bruchstein 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 und dann haben wir hier schon die steinstiegel und den geschmolzenen stein den können wir auch schon da reintun den gebraten stein mache ich natürlich hier aber noch mal gebraten stein und das andere ist an der sieht das mache ich dann hier so da können dann die anderen sachen rein da habe ich noch mehr an der sieht das andere sieht an der sieht aber da habe ich noch dies aber hier aber noch gebraten ach man doch so nicht da und ich hier noch ein bisschen erne rein tun so und jetzt können wir den restlichen stein dort wo warte mal hätte doch hier vorne granit da kann ich auch dort den diuret reintun so er gehört ja auch dazu die sie die eigenen steine nicht mehr so jetzt kann ich hier das und das rein tun den bruchstein schiefe da den tuffstein dahin ist doch schon fast aufgeräumt hier ich weiß gar nicht was ihr wollt so wo tue ich denn keramik gehört ja im weitesten sinne zu der familie hier oder pass auf den tue ich jetzt da rein sand hatte ich da hinten beim glas neben dem glas ist noch was frei was soll man denn da ein wissen wir noch nicht nur die kiste ist ja jetzt wäre die kann ja weg und sucht wieder fast aufgeräumt ja aus schon fast zu aufgeräumt das ist jetzt noch ja genau holz holz und lebensmittel lebensmittel das war ja auch noch nicht so genau in die in die eisen kiste vielleicht monster kram weiß man auch noch nicht so genau das könnte zum kies und das holz so separat ich glaube so langsam wieder in zu haus dann kann man das alles mitnehmen alles mitnehmen alles mitnehmen ja ja gott sei dank also glücker kekse so was auf dann haben wir hier das baumaterial da kann da können die kisten rein das gäste bleiben hier hier machen wir das holz rein oder holz 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 da jetzt haben wir gar nicht so viel holz dabei da haben wir als den setzling direkt dabei sie fragen ob wir das hier auch mit da reinpacken nee 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 das suchst du ja nie wieder da drin das kommt hier separat das brauchen wir später für die begrünung des der gartenanlage wer weiß was wir da alles noch nicht machen können ich hier oben eine essenskiste ich brauche eine essenskiste direkt über die tür eine essenskiste da kommen keks hin das sind so die essenskiste da kommt ein brot rein und dann kommt da der monster kam rein der man nicht zu brauchen äpfel das ist auch essen das auch essen in weißem sinne kies hat man da drüben ich kann es ja gar nicht fassen ich habe ja quasi aufgeräumt wie konnte das passieren ich will eben auf die schiller klicken die schiller klicken ist irgendwie doof dann dreht sich immer alles daran so wahnsinn ok jetzt noch eben kurz die frage machen wir hier so ein wenig hin oder den richtigen holz sich dahin bringen wir dann noch nicht so sicher so so kann man machen nur noch mal kurz vom käffi ausgeräumt ja ich finde wir haben aufgeräumt sieht gut aus oder wie zu leer aus ist es so richtig leer ich möchte glaube ich etwas weiter weg mal ich sehe nichts mehr so 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 reicht das von weit weg dass ich glaube ich das reicht noch nicht na 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 ja doch das sind sie so kommt es etwas besser rüber oder ich bin mir noch nicht so sicher okay beim nächsten mal überlegen wir ob wir nicht ein bisschen mehr material brauchen oder auf die langsam weiter machen eins von beiden oder vielleicht machen was ganz anderes wer weiß das denn jetzt schon ganz ehrlich nächste woche ist auch so weit weg das kann ich mir doch jetzt noch nicht ausdenken ich hoffe nur ihr seid wieder dabei in diesem sinne schöne grüße um niederrhein und chips mit ups bis dahin